Hey Leute, herzlich willkommen, hier ist Bitti, euer Bitcoin Trading Informant. Herzlich willkommen zu einem Update für Shiba Inu. Heute schauen wir uns an folgendes und zwar natürlich wieder die technische Analyse, aber es gibt Stimmen da draußen, die behaupten, Shiba Inu, der könnte doch auf den Dollar gehen. Da gibt es einige Sachen dazu, die möchte ich euch zeigen. Erstens mal, wenn man uns hier oder wenn man sich hier mal diesen Chart ansieht, hier Shiba Inu gegen den US-Dollar, wir sehen eines ganz, ganz deutlich. Das ist ein Wochenchart. Jede Kerze ist eine Woche. Und bevor wir uns was anderes anschauen, können wir von dem Tiefspunkt hier, denn wir hatten eine schöne fette Linie, nach rüber ziehen, nach rechts. Und was sehen wir hier? Ja, wir sind perfekt, aber sowas von perfekt hier mal drauf gestoßen. Mega fetter, großer Support. Warum, wieso, weshalb? Ganz einfach, wir waren hier schon mal, und zwar ganz am Anfang, da waren wir schon mal, das war im September 2021. Und diesen Support gibt es jetzt momentan zu halten. Diese 6, ich sag mal 6, das heißt nämlich 0,0000006. Das sage ich natürlich jetzt nicht jedes Mal, also diese 6 gilt es zu halten. Von hier auf müssten wir weiter nach oben gehen. Und momentan sind wir auch mal ein bisschen nach oben gepumpt von hier. Ja, das ist schon mal gar nicht so schlecht. RSI schaut momentan noch nicht so gut aus, aber da kommen wir ein bisschen später dazu. Was ist eigentlich jetzt mit der Geschichte? Hm, Shiba Inu, ein Dollar? Ja, ich möchte euch eines ganz kurz dazu sagen, um nur mal die Leute ein bisschen mal rauszunehmen, die immer wieder sagen, nee, kann gar nicht sein. Da müsste ja das Market Cap von Shiba Inu enorm, enorm, enorm werden. Und Bitcoin wäre dann bei 3 Trilliarden beim Preis und so weiter und so fort. Nee, muss nicht sein. Warum? Warum? Achtung, man muss nämlich die Tokenomics verstehen bei Shiba Inu. Und zwar, eines der einzigartigen Merkmale von Shib ist seine Tokenomics. Was bedeutet das? Der Gesamtbestand an Shib beträgt eine Billiarde. Okay, extrem viel. Aber, und jetzt kommt das fette Aber. Von denen die Hälfte in Uniswap gelockt war, während der Rest an den Mitbegründer von Ethereum, Achtung Leute, Vitalik Butterin, ihr wisst es ja, hoffentlich, wenn ihr euch ein bisschen mit dem Token befasst habt mit Shiba Inu, Es ist nicht nur ein reiner Memme-Spaß-Coin, nee, da ist ein bisschen mehr dahinter. Nämlich Vitalik Butterin. Und zwar hat er verbrannt, der wiederum einen erheblichen Prozentsatz verbrannte, ja, und den Rest für wohltätige Zwecke spendete. Dieses Element des Verbrennens von Token hat eine deflationäre Wirkung und verringert die Anzahl der im Umlauf befindlichen Token, was theoretisch, theoretisch den Preis im Laufe der Zeit erhöhen könnte. Logisch. Desto weniger Token hier werden, desto mehr verbrannt werden, desto höher könnte theoretisch der Preis steigen. Warum dann nicht auch auf einen Dollar? Vielleicht gibt es mal nicht hier ganz so viele, vielleicht gibt es mal nicht eine Billiarde, vielleicht gibt es mal eine Milliarde, oder vielleicht gibt es nur mal Millionen, so wie bei Bitcoin. Was wäre dann, was wäre dann mit dem Kurs? So viel nur mal ganz kurz dazu. Und bevor wir jetzt zu unserer technischen Analyse kommen, natürlich noch etwas. Und zwar, was könnte uns noch ein bisschen helfen, hier das Ganze zu beschleunigen? Und zwar das hier. Mehrere Faktoren könnten als Katalysatoren für das Wachstum von SHIB wirken. Die eigene dezentrale Börse, SHIB-Swap, könnte nämlich einen Preisanstieg auslösen, genau wie bei Bancake-Swap beim Cake-Token. Darüber hinaus hat die Notierung von SHIB an großen Börsen wie Binance und Huobi zu einer deutlichen Steigerung der Sichtbarkeit und Liquidität geführt. Sollte sich dieser Trend fortsetzen und SHIB auch auf andere durchführenden oder anderen durchführenden Plattformen gelistet werden, dann könnte dies für weitere Marktdynamik sorgen und das könnte auch wieder den Preis ein bisschen nach oben bewegen. Aber von einem Dollar sind wir wirklich weit, weit, weit weg. Trotz allem schauen wir uns das jetzt mal kurz an. Hier ist die SHIB-Inu-Analyse. Was geht ab bei TradingView? Wie gesagt, wir sind unten angelangt. Mega, mega fetter Support bei 6. Wir sind jetzt wieder hochgeschossen, ein bisschen auf 7. Ihr seht es schon, 7,6 momentan. Ja, hochgeschossen. Naja, wir sind ein bisschen nach oben gegangen. Sagen wir mal so, RSI. Warum schaut der RSI momentan gar nicht mal so gut aus? Erstens mal, wir waren im Wochenchart noch nicht überverkauft. Wir waren schon weit unten hier bei 33 Punkten. Ihr wisst, alles unter 30 Punkten ist überverkauft. Da waren wir noch nicht. Was sehen wir? Wir sehen hier diese gelbe Linie nach unten kommen, also unsere Durchschnittslinie. Und wir sehen hier eines, wenn wir da unten schauen in dem Bereich. Wir sind jetzt momentan ganz knapp unter dieser Linie. Werden wir wieder von dieser Linie rejected beim RSI? Und der geht weiter nach unten. Könnte es auch ganz klar hier nochmal weiter nach unten gehen. Und ich hoffe nicht unter unseren Langzeitsupport. Wenn wir aber diese gelbe Linie endlich schlagen könnten und rüberbrechen könnten, nach oben durchbrechen könnten, könnte das hier ein schöner Ausbruch nach oben werden. Und wo ist dann das nächste Ziel? Wo ist dann der nächste Punkt, auf den wir achten müssen? Und wir bleiben noch ein bisschen im Wochenchart. Schauen uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Und ihr seht auch schon, wo jetzt momentan wieder so ein bisschen ein Problem ist. Nämlich ganz klar hier. Wir haben hier ein kleines Problem. Machen wir mal rot die Linie. Das ist nämlich unser fetter Widerstand. Und da schaffen wir es momentan nicht so richtig drüber. Wir hatten schon die geschlossene Kerze wieder nach unten durch. Wieder tief Luft geholt. Langer Tochter nach unten. Und jetzt kämpfen wir momentan unter diesem Punkt. Warum dieser Punkt? Ihr seht es auch ganz einfach im Wochenchart. Wir waren hier bei dem Punkt schon mal. Und das ist jetzt natürlich der nächste große fette Widerstand. 7,8. 7,8 könnten wir eigentlich sagen. Das ist der nächste große fette Widerstand. Die Resistance. Und die gilt es hier bestätigt im Wochenchart nach oben zu durchbrechen. Jetzt noch mal ein bisschen Luft holen. Dann bestätigt nach weiter oben ausbrechen. Natürlich. Eines dürfen wir auch nicht außer Acht lassen Leute. Immer wieder schaue ich auf das auch immer. Und zwar wir haben natürlich auch hier noch einen fetten Widerstand. Der kommt hier von oben runter. Und der liegt dann je nachdem wo wir mal drauf plumpzen. Hier sage ich mal bei 13,8 oder irgendwo in der Richtung. Aber wie gesagt zuerst keine kleine Brötchen backen. Wir müssen da mal drüber. Wir müssen mal diese 7,8 nach oben mal bestätigt durchbrechen. Gehen wir mal in den Indikator weiter hinein. Schauen wir uns folgendes an. Und schauen wir uns mal an. Wie schaut es denn so eigentlich aus hier mit dem Death Star. Mit dem Golden. Ah Death Star. Mit dem Golden Cross. Und mit dem Death Cross. Wie schaut das Ganze denn hier so aus? Also Death Cross. Golden Cross. Nehmen wir das mal hinzu als Indikator. Und im Wochenchart natürlich haben wir nicht so viele Daten. Schaut es da mal gar nicht so tragisch aus. Wir sehen da nämlich nichts. Wir gehen deshalb in den Tageschart. Im Tageschart sehen wir jetzt folgendes. Mal reingezoompt ein bisschen in den ganzen Shiba Inu. Und wir sehen schon. Wir hatten hier einen schönen Golden Cross. Hat nicht wirklich viel ausgesagt. Hatten hier zwar einen schönen Pump. Da war dieser Golden Cross spät als Indikator. Danach ging es nach unten. Golden. Death Cross. Death Cross hier. Grüne Linie hat gecrossed. Und seitdem. Ja. Fett nach unten. Hier. Könnte es jetzt sein. Dass wir die Gegenbewegung nach oben schaffen. Grüne Linie kommt jetzt auch daher. Und was ist jetzt wichtig. Wenn wir uns den Tageschart anschauen. Genau diese grüne Linie. Warum? Die ist nämlich jetzt momentan. Ein richtig fetter Widerstand hier. Ihr seht es kommt von oben runter. Wir haben versucht da drüber zu kommen. Langer Docht nach oben. Immer ein schlechtes Zeichen. Und danach wieder nach unten geplumst. Jetzt ein paar kleine Dochte nach unten. Und der Versuch hier wieder nach oben zu kommen. Nicht ganz so viel Volumen. Aber okay. Könnte sein dass wir es schaffen. Im Tageschart. Sehr interessant der RSI. Warum? Hier der große Docht. Der lange Docht nach unten. Super Kaufsignal. Wir hatten auch einen überverkauften RSI da unten. Der war schon bei 20 Punkten. Überverkauft. Und immer wieder ein gutes Einstiegsmöglichkeit. Bei einem überverkauften RSI. Long zu kehren. Keine technische Beratung. Aber keine finanzielle Beratung. Technische schon. Keine finanzielle Beratung. Aber das war ein gutes Long-Signal. Wir haben auch unsere Durchschnittslinie nach oben hin gecrossed. Ihr seht es hier ganz gut. Und ja. Danach geht es schön nach oben. Hier ein kleiner Fake nach unten. Wir sind momentan im Tageschart wieder über der Durchschnittslinie. Aber RSI über der Durchschnittslinie. Und bei unserem Golden Cross Dash Cross Indikator unter der grünen Linie. Für alle die es gerne ein bisschen technisch genauer hätten. Grüne Linie. Was laberst du denn da immer? Grüne Linie ist die 50er. SMA Durchschnittslinie. Rote Linie da oben ist die 200er. Sprechen wir aber noch nicht davon. Ist momentan auch nicht so wichtig. So viel mal zum Golden Cross Dash Cross. So viel mal zum RSI. Holen wir uns noch dazu den Moving Average. Auch den schauen wir uns an. Denn der ist im Tageschart momentan noch gut. Wir sind mit der blauen Linie drüber über der braunen. Und wir haben nach wie vor grüne Balken. Alles gut. Schauen wir mal kurz hinein in den Wochenchart. Und im Wochenchart gehen wir auch mit dem MACD nach oben. Ganz schön hier zu sehen. Noch kein Cross. Achtung. Wir haben noch immer die blaue Linie unter der braunen. Wir brauchen sie darüber. Und wir haben noch rote Balken. Aber eben schon hellrote Kerzen. Ganz gut. Die letzten drei waren hellrot. Und auch das ist mal nicht so schlecht. Summa summarum. Könnte ich jetzt euch noch viel lange vorbalabern. Oder vollbalabern. Eigentlich möchte ich aber nicht. So viel ist mal zu sagen. Wir müssen die 7,8 nach oben hindurchstoßen. Erst dann könnte das Ganze weiter nach oben gehen. Ansonsten ist noch immer große, große Gefahr hier. Dass wir nochmal runter gehen. Auf einen Triple Bottom möglicherweise. Hier sogar einen Double Bottom hatten wir jetzt schon. Was eigentlich immer ein gutes Zeichen wäre. Double Bottom könnte genauso auch bedeuten. Wir haben hier ein W-Pattern. Könnte hier so ausschauen. Und von hier wieder nach oben. Das wäre es doch eigentlich, was wir sehen möchten. Als Shiba Inu. Holder. Hotler. Oder was auch immer. Also Leute. Viele Fantastereien da draußen. Viele Leute sagen. Ja Shiba Inu geht drauf. Auf den Dollar. Möchten natürlich viele haben. Denn wenn man nur eine Million Shiba Inu Coins hat. Ist es nicht viel in Dollar. 20 oder was auch immer. Aber man könnte Millionär werden. Der Glaube ist hier meistens Wunsch des Gedankens. Aber. Warum denn nicht? Lasst uns doch auch mal ein bisschen optimistisch sein. Leute. Das war ein Shiba Inu Update von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Wenn es euch gefallen hat. Bitte Daumen nach oben. Abonnement und so weiter und so fort. Und ansonsten wünsche ich euch alles Liebe. Alles Gute. Macht es gut. Nicht vergessen. Ein Livestream. Live 24 Stunden auf Twitch. Live 24 Stunden auf YouTube. Der Name ist natürlich Bitcoin Trading Informant. Und wenn ihr was wissen wollt. Ich bin jederzeit dort. Dankeschön. Ciao. Ciao. Euer Biti. Euer Bitcoin Trading Informant. Ciao. Heute.